Hey, willkommen zurück am Darmastag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich für dich die sechs katastrophalen Folgen von Pornokonsum oder auch wie Pornos deine Sexualität und dein Leben zerstören oder zumindest einen enormen negativen Einfluss darauf haben können. Und bei vielen, vielen ist es gar nicht bewusst, wie schädlich Pornos sein können. Wir gucken dir einfach. Das ist so eine Angewohnheit. Aber ich verrate dir jetzt, warum du besser damit aufhörst, wenn du deine Sexualität und dein Leben aufs nächste Level bringen wirst. Und das passt natürlich zu unserer Herausforderung, dass wir jetzt zwei Wochen NoFap und keine Pornos schauen machen. Wenn du davon noch nicht gehört hast, der erste Link in der Beschreibung. Da kommst du zu dem Video. Die ganze Community, also all die Zuschauer und ich, die mitmachen, stellen sich der Herausforderung, sich zwei Wochen lang keinen runterzuholen und keine Pornos zu schauen. Wenn du dabei sein willst, wenn du mitmachen willst, klick mal auf den ersten Link in der Beschreibung. Da findest du das Video dazu. Und ich dachte mir, was könnte besser passen, als dir mal zu erklären, warum wir das überhaupt machen und warum Pornos im Speziellen so schädlich sein. Also, was ist das Problem mit Pornos? Na, wir alle gucken Pornos schon seit langer Zeit, haben damals angefangen. Ich weiß noch, ich hab damals auf der Straße tatsächlich noch irgendwann ein Pornomagazin gefunden und mir dazu dann einen runtergeholt. Dann immer zu der Bravo, da gab es immer diese Nacktbilder von Frauen und Männern. Da hab ich mir dazu immer einen runtergeholt. Und dann irgendwann fing es mit den Pornos an. Ich fand aber die Pornos ganz geil, wo so eine Gruppe von Schwarzen, so eine Weiße weggefickt haben. Das fand ich immer eine ganz coole Sache. Und was ist jetzt aber das Problem mit Pornos? Zum einen ist es so, dass Pornos genau wie Drogen süchtig machen können. Und das ist nicht allen bewusst. Also nicht jedem, der Pornos schaut, ist das bewusst. Aber tatsächlich ist das so. Ja, das ist genau wie Drogen, genau wie Spielsucht kann das zu einer echten Abhängigkeit werden. Genau wie Social Media, Facebook, Instagram zu einer Abhängigkeit werden kann, können auch Pornos süchtig machen. Und meistens ist das so, dass du das gar nicht weißt, dass du süchtig nach Pornos bist. Und nachher in den sechs katastrophalen Folgen, die ich dir vorstellen werde, am Ende des Videos, wirst du auch nochmal ganz genau sehen, was diese Folgen sind und auch die Symptome, die du an dir beobachten kannst, wenn du pornosüchtig bist. Ja, das kannst du dann mal mit dir selbst vergleichen und mal sehen, wie das da bei dir aussieht. Das Ganze können wir uns dann so vorstellen. Ja, das ist ein Bild, was ich aus einem englischen Vortrag rausgenommen habe. Dopamin surges for novel mates and scenes. Also Dopamin. Dopamin ist unser Glückshormon. Ja, also wenn du irgendwas Tolles machst, was die Natur belohnen möchte, wie zum Beispiel mit einer Frau zu schlafen oder du isst etwas oder du verbringst Zeit mit Freunden. All das sind Sachen, da schüttet unser Gehirn Dopamin aus und Dopamin ist das Glückshormon, damit belohnt es uns. Dopamin wird aber auch zum Beispiel ausgeschüttet, wenn du Zucker isst oder wenn du dir, wie in diesem Fall, einen runterholst auf einen Porno. Dann wird auch Dopamin ausgeschüttet. Und das Problem ist, und das siehst du hier bereits, du siehst da das hohe Dopamin-Level, high, der rote Bereich, der normale Dopamin-Level, der blaue Bereich und der niedrige Dopamin-Level. Und durch diese Pornos ist es eben so, dass wir die ganze Zeit im Hoch-Dopamin-Bereich arbeiten. Das heißt, es wird immer sehr, sehr viel Dopamin ausgeschüttet, quasi bei jedem Klick auf ein neues Video. Und da komme ich gleich nochmal genauer zu. Aber du kennst es ja auch, wenn du Porno schaust, dann schaust du nicht ein Video, sondern du klickst über 20.000 Videos, um verschiedene Videos zu sehen, holst dir währenddessen eine runter und kommst dann zu dem, was dir am besten gefällt. Und deswegen ist es da so, wie in dieser Darstellung. Du machst Klicks und immer wieder kommt ein Dopamin hoch. Also allgemein spielt sich Porno auf einem sehr, sehr extremen Dopamin hoch ab. Und all das hast du zugänglich mit einem einzigen Mausklick. Ja, also wo Leute früher sich anstrengen mussten und eine Frau wochenlang umwerben mussten oder was auch immer, um halt einmal so ein Dopamin hoch zu bekommen, kannst du ganz viele Dopaminhochs auf Klick bekommen. Mit einem einzigen Klick. Eben wie bei so einer Droge. Wenn du dir zum Beispiel Ecstasy reinballerst, dann bist du eben auch auf einem Dopamin hoch. Also, du überbenutzt in diesem Fall das Dopamin und irgendwann ist dann die Folge, dass du wenige Dopamine empfindlich bist, weil deine Rezeptoren abnehmen. Das sind diese Sachen, das kennst du vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Der Wirkstoff, das sind zwei verschiedene Wirkstoffe. In dem Fall das eine ist das rote, das andere ist das liederne. Es ist für unseren Zweck jetzt egal, was das ist. Das ist hier irrelevant. Aber du siehst, es setzt sich da in den Rezeptoren an. Und was halt passiert, wenn du zu hoch, also die ganze Zeit auf dem Dopamin hoch bist, wie zum Beispiel unter Drogen oder wie auch bei Pornokonsum, und da komme ich gleich noch genauer drauf, ist, dass diese Rezeptoren abnehmen. Also mit der Zeit werden die Rezeptoren weniger. Und das heißt, du bist weniger Dopamin empfindlich. Und was das bedeutet, da komme ich gleich genauer zu. Also die Wirkung davon, das erkläre ich dir gleich. Das ist aber genauso wie bei Ecstasy. Ecstasy ist so, dass auf einmal, auf einen Schlag, richtig, richtig viel Dopamin ausgeschüttet wird, richtig viel in den Rezeptoren ankommt und du super, super glücklich bist auf Ecstasy. Aber wer das schon mal genommen hat, ich nicht, ein Kumpel von mir hat das mal gemacht, aber wer das mal genommen hat, kennt die Folgen, die danach kommen und dazu komme ich jetzt gleich. Also, warum ist die Dopaminwirkung so sehr verstärkt, wenn man sich Pornos anschaut? Das war anschaulich dieses Bild hier ganz gut, was ich ebenfalls aus diesem englischen Vortrag genommen habe. Auf der linken Seite dieses Graphen sehen wir die Minuten, die ein Mann braucht, um zu ejakulieren. In diesem Fall wurde es mit Schafen gemacht, das klappt aber auch mit Männern, also mit Menschen. Und da unten sehen wir die Nummer von weiblichen, also verschiedenen weiblichen Frauen, ja. Also, du siehst da verschiedene Frauen, das eine ist ein grünes Schaf, das andere ist ein rotes Schaf, dann ein gelbes Schaf, lieder Schaf und ein pinkes Schaf. Und da in dem anderen Graph ist halt immer das gleiche Schaf. Das steht da oben, same female, different female, das braune Schaf ist immer das gleiche und das unten sind verschiedene. Also, wenn du jetzt mit einer Partnerin schläfst, dann ist das halt immer das gleiche, immer die gleiche Frau, immer der gleiche Reiz. Aber wenn du jetzt Pornos schaust und das so machst, wie fast alle das machen, dann klickst du halt jede 30 Sekunden hin und her und schaust mal bestimmt fünf unterschiedliche Pornos dir an mit fünf unterschiedlichen Frauen. Und da zeigt sich auch, warum die Dopaminwirkung so sehr verstärkt ist. Denn je öfter wir mit einer Frau schlafen, je öfter wir das gleiche Bild einer Frau sehen, und das siehst du da in dem Graphen mit dem braunen Schaf, desto länger dauert es, bis wir ejakulieren. Aber je mehr verschiedene Frauen wir sehen, desto schneller geht die Ejakulation. Ja, also unser System, gerade unser männliches System, hält uns halt dazu an, mit vielen verschiedenen Frauen zu schlafen. Das ist ja unsere biologische Fortpflanzungsstrategie, mit möglichst vielen verschiedenen Frauen zu schlafen. Deswegen, wir haben ganz viel Samen und die können wir rumschleudern. Frauen haben halt eine Eizelle und müssen gucken, dass sie den besten Mann aussuchen, weil die sind halt neun Monate schwanger mit dem Kind und können nicht noch andere Kinder bekommen in der Zeit. Wir können in neun Monaten tausende Kinder machen, Frauen einfach nur eins. Und deswegen belohnt uns unser System, wenn wir mit vielen verschiedenen Frauen schlafen. Aber in diesem Fall schlafen wir nicht mit vielen verschiedenen Frauen, sondern wir sehen nur viele verschiedene Frauen auf dem Bildschirm in einer Pornosession. Ja, wir klicken durch, sehen so fünf verschiedene Frauen in einer Pornosession, meist sogar mehr, zumindest in meinem Fall. Und deswegen ist die Dopaminwirkung so sehr verstärkt, weil unser System belohnt uns halt mit Dopamin, mit dem Glückshormon, weil wir anscheinend mit verschiedenen Frauen schlafen. Und das ist ja unser biologisches Programm. Aber das tun wir ja gar nicht. Das weiß aber unser System nicht. Und deswegen kriegen wir das Glückshormon ausgeschüttet in so extremer Form. Ja, weil das Glückshormon sorgt halt dafür, dass wir das Verhalten wiederholen. Das kennst du. Wenn du irgendwas machst und du fühlst dich dabei glücklich, dann tendierst du eher dazu, das nochmal machen zu wollen, weil es halt so schön war. Und deswegen möchte uns unser System sagen, hey, hier, hier ist Dopamin. Ich schütte Dopamin aus. Bitte mach das weiter. Das ist sehr gut für deinen Fortpflanzungszweck. Ja, wenn du zum Beispiel was Leckeres isst oder so, oder was Fettiges oder Zuckriges isst, wo du lange von leben kannst, weil wenn du was sehr Fettiges isst, dann kann dein Körper da relativ lange von Zehrenreihen, nährstoffmäßig gesehen, dann belohnt dein Körper dich halt mit Dopamin, weil es dir sagt, das ist gut, hiermit können wir überleben. Und wenn du zum Beispiel mit vielen verschiedenen Frauen schläfst, dann belohnt dein Körper dich mit Dopamin und sagt dir, super, du erfüllst deine Fortpflanzungsrolle. Genauso mit den Pornos. Und deswegen ist die Dopaminausschüttung so groß bei den Pornos. Beim Ecstasy ist es halt so, da ist die Dopaminausschüttung so groß, weil das halt dieses Chemikalie macht. Also die Chemikalie Ecstasy sorgt für die hohe Dopaminausschüttung. So, jetzt wissen wir also, warum die Dopaminausschüttung so sehr verstärkt ist, wenn man sich Pornos anschaut, eben weil man dort mit vielen verschiedenen Frauen schläft, viele verschiedene Frauen sieht. So, wir haben also in ein paar Klicks unendlich Zugriff auf neue Frauen, wo früher Männer sich mordelang um eine Frau möbelen mussten oder wenigstens mal ein paar Stunden, wenn es gut lief bei denen, kann man jetzt mehrere Frauen sich angucken innerhalb von ein paar Klicks. Das hat sich halt verändert. So, und jetzt kommen wir zu den Folgen von Pornokonsum. Also, wie läuft das Ganze ab? Das ist eine relativ einfache Reihenfolge. Zuerst hast du halt uneingeschränkten Zugriff auf Pornos. Ja, und dadurch eine unnatürlich hohe Dopaminausschüttung. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das führt dazu, dass dieser Suchtmodus einsetzt. Also, da wird ganz viel Dopamin freigesetzt und du möchtest halt dann immer, immer wieder diese Pornos schauen. Und ich komme, wie gesagt, gleich nochmal genau darauf, was das für Folgen hat und auch zum Beispiel, was das bei Ecstasy in dem Fall für Folgen hat, weil da kann man das nämlich sehr eindrucksvoll beobachten. Aber da komme ich gleich zu. Also, der Suchtmodus setzt einen. Wir wollen den schnellen Zugriff auf das Glückshormon. Ja, wir kriegen das Glückshormon in hohen Dosen ausgeschüttet von unserem Körper. Wenn wir Pornos gucken, also machen wir das immer wieder. Wir werden süchtig danach, weil das eben sich so gut anfühlt. Auf Kurzzeit gesehen wurden bemerkt, denn gleich kommen wir zu den Langzeitfolgen. Das Problem ist, dass wir dadurch immer mehr abstumpfen. Das heißt, wir brauchen immer krassere Pornos und Materialien, um uns zu erregen. Ja, wie bei Drogen, das kennst du sicherlich auch, wenn man jemandem von Drogen erzählt hat, dass man dort immer eine höhere Dosis braucht, um den gleichen Effekt zu erreichen. Das heißt, Heroinabhängige brauchen immer eine höhere Dosis, um den gleichen Effekt zu erreichen. Man sagt, dass das erste Mal auf Heroin oder Kokain oder was niemals so ist. Also, du wirst es nicht mehr so erleben, wie das erste Mal auf Heroin oder Kokain wird. Niemals wieder so sein, weil du einfach mehr größere Dosis brauchst. Das intensivste Erlebnis ist meist das allererste. Ich glaube, bei Ecstasy ist das auch so. Und wir stumpfen halt immer mehr ab, brauchen immer krassere Pornos und Materialien, um uns zu erregen. Und das führt uns dann zu den Folgen von Pornokonsum, den Langzeitfolgen und diesen sechs katastrophalen Folgen von deiner Sexualität und dein Leben. Das allererste Mal, und da kommen wir jetzt zu, ist die geringere Dopaminempfindlichkeit. Das heißt, Dinge im Leben fangen an, weniger Spaß zu machen. Das ist ähnlich wie bei einer Depression. Eben weil weniger Dopamin, du bist nicht mehr so dopaminempfindlich, weil du die ganze Zeit diesen Über-Dopamin-Ausschüttungsmodus hast. Und hier kommen wir zu Ecstasy zurück. Bei Ecstasy ist das nämlich ganz genauso. Ich hatte mal einen Kumpel, der das gemacht hat. Der hat das eingeworfen, war eine Nacht lang, also so acht bis zehn Stunden, richtig, richtig geil drauf, hat gesagt, er hat sich noch nie so geil gefühlt, wie in diesem Moment in seinem Leben. Und dann war er für drei Wochen leicht depressiv, weil dein Körper schüttet alles, das ganze Dopamin auf einmal aus, all die Speicher werden ausgeleert und du fühlst dich unglaublich geil, aber dann ist dein Dopamin leer. Du bist nicht mehr so dopaminempfindlich. Und das ist einfach leer. Und das heißt, du brauchst mehrere Wochen nach einem Ecstasy-Trip, um das wieder aufzuladen, um wieder auf ein normales Niveau zu kommen, von deinem, wie es dir psychisch geht. Also es wird einfach alles ausgeschüttet und deswegen hast du einen ähnlichen Zustand wie bei einer Depression. Und das kann nämlich auch beim Pornokonsum so sein, dass eben, weil du diesen dauernden Dopaminausschüttungs, dieses dauernden Dopaminausschüttungshoch hast, bei den Pornos, das habe ich dir eben gezeigt, fangen Dinge im Leben an, weniger Spaß zu machen. Ja, also ganz alltägliche Dinge so, ja, mit Freunden reden, ja, mit Frauen sprechen, weiß nicht, irgendwie arbeiten, zocken, mal einen Film gucken oder Sport machen, mit Familie treffen, was auch immer du gerne machst. Alles fängt an, weniger Spaß zu machen. Das ist ähnlich wie bei einer Depression. Denn auch bei einer Depression gibt es Probleme mit dem Dopaminhaushalt. Die zweite Folge ist, deine Willenskraft nimmt ab und das ist halt so eine Kettenreaktionsfolge. Also deine Willenskraft nimmt ab, weil du benutzt sie weniger und das Suchtverhalten schwächt dein Durchhaltevermögen in sämtlichen Hinsichten. Suchtverhalten schwächt unseren präfrontalen Kortex und das ist der Bereich in unserem Gehirn, wo unser, ich sag mal, Willenskraftmotor sitzt. Der präfrontale Kortex wird geschwächt auf Dauer durch Suchtverhalten und das hat halt Auswirkungen auf dein komplettes Leben. Also wenn du weniger Willenskraft hast, dann kannst du weniger an einem Projekt arbeiten, an dem du arbeiten willst. Du hältst es vielleicht nicht durch, zum Sport zu gehen regelmäßig. Du bleibst nicht regelmäßig dabei, flirten zu lernen. Du bringst auf Arbeit vielleicht schlechtere Ergebnisse oder im Studium, lässt irgendwelche Prüfungen ausfallen, weil du nicht diszipliniert genug dafür bist, dafür zu lernen. Du hörst einfach auf oder machst es zumindest weniger, dich um dein Leben zu kümmern und Dinge in deinem Leben voranzutreiben. Und das ist hier nun offensichtlich, wirkt sich das aufs ganze Leben aus. Also du kümmerst dich weniger um deine Lebensbereiche und wir hier bei Manpower, wir kümmern uns ja eher mehr um unsere Lebensbereiche und versuchen die immer mehr zu verbessern. Also durch übermäßigen Pornokonsum nimmt deine Willenskraft auf Dauer ab. Natürlich zählt auch umgekehrt der Schluss, das heißt, wenn du deinen Pornokonsum einschränkst, baust du Willenskraft auf, denn die brauchst du ja erst mal, um deinen Pornokonsum einzuschränken. Die dritte katastrophale Folge ist vor allem bei exzessivem Konsum und viele Leute sind nicht weit davon weg, dass es möglicherweise Potenzprobleme geben kann, weil die normalen Reize von Frauen aus der echten Welt dich nicht mehr erregen können. Ja, das kann von Potenzproblemen bis zu Impotenz führen, das muss nicht dauerhaft sein, das kann man nämlich dann wieder wegmachen, wenn man mit dem Pornokucken aufhört. Aber das kann eine Folge davon sein, weil du schaust dir halt Dinge an, du schaust dir an, wie eine Frau von zehn Typen durchgefögelt wird, du schaust dir hier ein Dreier an, da ein Vierer, da eine Frau mit gemachten Titten, da eine perfekt durchtrainierte Frau, da eine Frau, die stöhnt, als würde sie gerade vom größten Schwanz der Welt durchgefickt werden. Und deswegen, weil du diese ganzen super krassen Reize brauchst, die mit dem echten Sex meist nicht so viel zu tun haben, stumpfst du immer mehr ab, brauchst immer krasse Reize, aber die kann eine normale Frau dir teilweise halt gar nicht geben. Denn realer Sex ist nicht immer, aber in den meisten Fällen nicht so wie in den Pornos. Klar gibt es auch im realen Leben so Sex, der echt krass ist, wo sie dann mega abgeht, stöhnt und du sie einfach richtig durchnimmst. Klar, natürlich. Aber der wird auch mal anders sein. Und mit verschiedenen Frauen ist Sex auch verschieden. Aber diese Reize, die du irgendwann brauchst, wenn du es exzessiv konsumierst, die kann dir eine normale Frau irgendwann gar nicht mehr geben. Und dann kann es halt sein, dass es zu Potenzproblemen führt. Nicht, wenn du Pornos guckst, dann hast du keine Potenzprobleme, aber Potenzprobleme mit echten Frauen kannst du haben. Und dass das natürlich deinen Erfolg mit Frauen verschlechtert, muss ich dir an dieser Stelle wohl nicht sagen. Die vierte Sache ist, ist natürlich eine Zeitverschwendung. Das ganz klar. Ich habe einen Kumpel, der hat eine Zeit lang mal, das hat er mir selbst nach einer Zeit mal gestanden, jeden Tag drei Stunden Pornos geschaut. Es gibt Leute, da wird das immer extremer, die schauen den ganzen Tag nur noch Pornos, weil sie dieses Glückshombon-High haben wollen. Ja, also du verschwendest mehr und mehr Zeit auf den Pornokonsum, weil du süchtig nach diesem Glückskonsum heiß bist. Und ich glaube, du erkennst, wie das alles eine Kette ist, weil wenn du deine Zeit verschwendest und die ganze Nacht nach Pornos guckst, dann kannst du natürlich auch weniger dich um dein Leben kümmern. Dann nimmt deine Willenskraft noch mal zusätzlich ab und die nimmt ja sowieso ab durch den Pornokonsum und dann hast du noch mal weniger Bock auf Frauen und dann gibt es noch mal mehr Probleme im Beziehungsbereich und dann gibt es Probleme im Arbeitsbereich und dann geht alles den Berg runter. Also Pornokonsum ist einfach generell eine Verhaltensweise, die eher dafür sorgt, dass dein Leben in eine negative Richtung sich entwickelt, in einer Negativspirale nach unten geht, als in einer Positivspirale sich nach oben entwickelt. Die fünfte Folge ist geringeres Interesse an echten Frauen und Entsozialisierung. Geringes Interesse an echten Frauen haben wir ja gerade schon mal durchgesprochen, aber Entsozialisierung kann eben auch eine Folge sein. Das heißt, du bist immer weniger an echtem Kontakt interessiert und hast keine Motivation, dich in den echten realen Kontakt mit Menschen oder Frauen zu begeben und das bedeutet im Umklärschluss deine sozialen Fähigkeiten nehmen ab. Und das bedeutet dann, die Wissenschaft weiß nämlich, dass ein Großteil des wahrgenommenen Glücks mit den Beziehungen zu anderen Menschen zu tun hat. Das heißt, je nachdem, wie deine Beziehungen zu anderen Menschen sind, bist du glücklicher oder unglücklicher in deinem Leben mit deinem Leben. Jemand, der viele gute Freunde hat, gute Freundschaften hat, Leute, die ihn unterstützen, gut mit seiner Familie integriert ist, hat ein glücklicheres Leben als jemand, der einsam ist und keine Freunde hat. Und solche Leute sterben auch deutlich früher. Deswegen übrigens, oder zumindest vermutet man das, dass alte Leute dann irgendwann, wenn sie keine Freunde mehr haben und niemanden mehr haben oder auch keine Aufgabe mehr haben in der Gesellschaft, schneller sterben als zum Beispiel alte Leute, die noch das Gefühl haben, hey, ich habe noch eine Aufgabe in der Gesellschaft, vielleicht bringe ich meinen Enkelkinder noch was bei oder ich habe noch meine Freunde, mit denen ich Zeit verbringe. Das sind meistens Leute, die länger leben. Also es hat eine direkte Korrelation auf unsere Lebenserwartung tatsächlich. Also geringes Interesse an echten Frauen und Entsozialisierung ist die fünfte Folge, weil du einfach, ja, du sitzt zu Hause rum, holst dir einen runter, gehst nicht raus, gehst nicht in Kontakt mit Leuten, bist natürlich auch weniger motiviert. Wenn ich mir halt dreimal am Tag einen runterhole, dann bin ich natürlich nicht so motiviert, mit einer echten Frau mich auseinanderzusetzen, als wenn ich mir keinen runterhole und mal zwei Wochen lang eine Herausforderung mache, so wie wir das gerade machen. Und die sechste Folge ist Gewaltfantasien und Vorlieben. Und mit der Zeit kann es nämlich zur Enthemmung kommen, weil du halt immer krassere und härtere Pornos brauchst, um dich zu befriedigen und zu erregen. Und das kann halt dazu führen, dass du irgendwann in einem gewalttätigen Bereich abrutscht, keine Ahnung, Kinderpornos, was auch immer. Ich weiß nicht, ob Kinderpornos damit direkt im Zusammenhang steht, jetzt wo ich sage, aber es ist halt so, dass du immer krassere Sachen brauchst und dadurch halt auch so ein bisschen Gewalt enthemmt wird. Ja, und das kann natürlich dann dazu führen, bei manchen Leuten, nicht bei allen Leuten, dass sie vielleicht gewalttätig gegenüber Frauen werden, um diese Fantasien umzusetzen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das keine besonders positive Entwicklung. Aggression im Sex ist ja nichts Schlechtes. Gewalt ist dann etwas anderes und Gewalt würde ich so definieren, dass du der Frau Gewalt antust, obwohl sie das gar nicht möchte. Aggression ist was anderes, angenommen, irgendwie du schlägst die Frau ein bisschen beim Sex oder so und sie steht halt drauf, es macht sie an, dann ist es halt was anderes, dann lebt ihr halt so diese Aggression aus, dieses Dominante, das ist wieder was anderes und das ist vollkommen legitim und in Ordnung, aber Gewaltfantasien, das ist dann an der Stelle nochmal etwas anderes und das kann eben auch von übermäßigen Pornokonsum herrühren. Also, ich schlage vor, Schluss mit Porno, werde Teil unserer Kein Runterholen, Kein Pornoherausforderung. Wie gesagt, dieses Video dazu, wo du daran teilnehmen kannst, ist im ersten Link in der Beschreibung. Stell dich dieser Herausforderung zwei Wochen lang und schau mal, wie sich dein Leben verändert, nur wenn du dir zwei Wochen lang keinen runterholst und keine Pornos mehr schaust und ich kann mir vorstellen, dass du danach auch für den Rest der Zeit bei dem Kein Porno-Ding bleibst, wenn du merkst, hey, das bringt mir eigentlich gar nicht so viel und macht mir mehr kaputt, als es mir hilft. Jetzt könnte man sich noch die Frage stellen, was ist denn oder wie ist es überhaupt mit Selbstbefriedigung, also wie ist es mit Runterholen? Wir machen jetzt in diesem Fall die Kein Runterholen und Kein Porno-Challenge, aber Runterholen an sich ist jetzt erstmal nicht das Problem. Wenn du dir halt jeden Tag dreimal einen runterholst ohne Pornos, dann hast du vielleicht das Problem, dass du nicht so viel Lust hast auf echte Frauen, weil du holst dir sowieso die ganze Zeit einen runter und dann brauchst du es ja auch nicht mehr. Das ist natürlich ein Nachteil, das heißt, klar, wenn du dir jeden Tag fünfmal einen runterholst, dann ist es natürlich auch kein gesundes Verhalten, aber Selbstbefriedigung an sich ist erstmal kein Problem, denn diese negativen Effekte, die rühren halt vom Porno-Schauen. Wenn du jetzt zu Hause dich hinlegst und machst es dir gemütlich, holst du irgendwie so ganz American Pie mäßig deine Gleitcreme raus oder was auch immer und rubbelst dir da ein, machst du dir ein bisschen viel Spaß mit dir selbst, das ist überhaupt kein Problem, das kannst du natürlich gerne machen, das sollte auch nicht zu viel passieren. In diesem Fall machen wir eine Kein-Runterholen- Kein-Porno-Challenge, damit du einfach mal generell erlebst, wie sich das so auswirkt. Selbstbefriedigung ist nicht das Problem, solange du es nicht exzessiv betreibst. Porno gucken, das ist das wahre Problem, was sehr schnell, ohne dass wir es merken, zur Sucht werden kann, weil wir einfach nicht wissen, dass es schnell süchtig machen kann und weil wir uns einfach denken, ja, das macht man jetzt mal einfach nebenbei, das ist ja ganz normal, das macht ja jeder, also nicht jeder würde Kokain oder Heroin nehmen oder Crystal Meth, weil das macht halt nicht jeder und das ist bedeutend Verurteilter in unserer Gesellschaft, aber Porno, das guckt auch jeder und dadurch ist das so ein bisschen herabgestuft, so wie alle Leute Alkohol trinken, obwohl das halt voll der Müll ist, aber es ist halt anerkannt in unserer Gesellschaft. Deswegen mein Vorschlag, Schluss mit Porno, werdet Teil unserer, kein Rundholen, kein Porno-Herausforderung, wie gesagt, erster Link dazu in der Beschreibung. Schön, dass du dabei warst, hier am Donnerstag abonnieren, kannst du auf dem Pfeil neben abonnieren, auf dem anderen Pfeil gibt es ein gratis Geschenk für dich, nämlich die drei mächtigsten Anziehungsschalter, die du kennen musst, wenn du deinen Erfolg mit Frauen verbessern willst und meine Videoempfehlung an dich gibt es rechts unten in der Ecke, das ist meine persönliche Empfehlung an dich, dieses Video wird dir wahrscheinlich weiterhelfen, schaust dir also unbedingt mal an. Schön, dass du hier warst, wir sehen uns am Samstag wieder, bis dahin eine geile Woche, ciao.